So, meine Damen und Herren, da machen wir weiter. Mit den Ageln, ich denke mal vielleicht maximal drei Folgen noch, wenn überhaupt. Mal gucken, woher ich komme. Von den Händen. Da, fuck. In der Fall, es gab viele. Es gab nichts, was wir tun können. Sie haben ihn wie... ...hungere Tiere. Und... ...all, was wir tun können, war es uns sehen. Wenn nicht für Moen... ...we würden wir hier nicht sein. Ist es spannend? Ja, du kannst es. Quick, komm in der anderen Seite. Der Elevator ist hier. Okay. Jetzt, Zeit für einen Moment, um zu spüren. Hey! Get up! Wake up! This ain't no time to be taking a damn nap! What happened? The fucker gassed us! I heard you talking to White. I'm the one who helped you open the locks. I'm the one who helped you open the locks. We gotta get the hell out of here. Like, now. And how do we do that? Since Colonel, trust me, just fucked us. You had something he wanted. He came in here and took it right off you like he knew just where to find it. The vaccine. What the hell? What the hell? What ass just great. Told you we couldn't trust them. We gotta move. Come on. There's a chopper on the roof. It's waiting for White. And if that asshole reach before we do. He's flying the fuck out of here and calling in the bombers. Thermonuclear annihilation. The whole goddamn island. We gotta catch him while we still have a chance. We'll catch the land. White's headed to the hospital. He's picking up his wife to take her to the chopper. Being she's out of her goddamn mind, that'll take some time. He's going through the left wing. Not so many infected, but that's the long way. So what's the short way? Take the elevator to the top, which takes you straight to the other wing of the hospital. It's riskier, but we can reach through faster. Only the badass who should take the elevator. Me and the rest will take the safer way and meet you at the top. Shake a leg for fuck's sake. Boom, shakalaka. We'll take the low road. Go. Good luck. Be careful. Let's see what we got here. Let's see what we got here. That's what we got here. We just need a little bit of... We just need a little bit of this. I don't know. We need a little bit of this. We need a little bit of this. It's really hard for you. Good luck. We'll be back after the rest. Let's see what's going on. I'll get ready for you. Ich hab das mal auf dem PC durchgespielt, so war das. Und hab ich, glaub ich, gegen einen Cheatspin auf dem PC genommen, weil ich dann nicht weitergekommen bin. Weil ich immer verrekt bin. Also... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Dann warte ich hier erstmal und das sind jetzt zur Wechseljahre. Ach, gehst du wieder weg? Gut. So, welche Munition nach hier ... Schuhlpflanzer. Wohohohohoho! Wohohohoho! Ooplany! Widiw! Wohohohohoho! Tiki wie weit, so weit gehen wir noch mal nach unten. Wieso hat er jetzt wieder voll? Wieso? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay Untertitelung des ZDF, 2020 Ja komm, du triffst mich gleich nochmal ZDF, 2020 Oh Oh I've decided that I'm going to to document the symptoms Bye now Spannende Musik Untertitelung. BR 2018 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 So, kommen wir wieder zurück. I can't even think of the cave and remember what I'm trying to say. Why am I so fucking ravenous? I feel like my fucking skin is on fire. Like someone is driving nails into my fucking forehead. Stop it, stop it. Hey buddy, why are you afraid of me? Why are you afraid of me? It's me. It's your daddy. Niko! ich er hätte auch an den explosion von vorbeilaufen können aber wäre ich in die anderen zwei reingelaufen deswegen habe ich ihn gleich zur explosion gebracht ja da geht es nicht durch Ich will gar nicht wissen, was hier hinter ist. Okay, noch eine Tische. Ah, ich höre da hinten schon was hier beklopptes. Okay, noch eine Tische. und dann ist ein dick nach wobei darum ist es 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 Das war's für heute. Ich habe auch noch nicht mal eine Ahnung, wie lange der Abspann ist. Das war's für heute, was ich habe doch zu machen. Da kommst du nicht durch, wa? Ich dachte mir zuerst, dass du auf dieser Seite stehen würdest. Und nicht auf der anderen an. Fangen jetzt die 25 Minuten gerade an. Die ganze Welt geht sogar in Kapitel 18 schon. Ich weiß auch, da ist eine ganze Menge Schießerei. Das weiß ich. Das ist tollen, wenn ich so. Let's open this up. Genau, vielleicht sollte ich jetzt mal umstrukturieren. Ja, vielleicht sollte ich hier sein. Sie fliegen aus hier und bleiben im Hintergrund. Du denkst, du kannst mich stoppen? Ich war immer noch ein Stück vor dir. Das hat mich jetzt aber gerade schon ein bisschen überrascht. Das ist Colonel Ryder 1. Das ist Colonel Ryder 1. Das ist Colonel 66. Woolle. Woolle. Jetzt, jetzt, jetzt. Wir sehen, unsere Leben auf dieser buen Seite wird der Ende. Bald ist jeder selbst so, dass wir es existieren können. Der Euer Fertig ist eine sehr nerd. ja kommt hat sich alle richtig wieso zeigt er mir jetzt erst die scheiß fahne an digi was kannst du mir doch vorher anzeigen ein stück scheiße ja digga was sagst du in den fahrstuhl wenn ich drum herum laufen muss wie ich das hasse alter ja genau die ich bin vorher gestorben die können wir auf irgendwelche idioten von der seite zu schicken hallo schießt doch mal meine fresse digga was soll ich das tun können ich muss mich zu erzählen schau mal deine Frau ist weg schau mal sie nicht zurück aber du kannst noch uns ein weiterer Schritt und du bist tot ich habe die Hilfe, ok? die Doktor in Sydney werden mehr wir senden helikopter, wir werden alle mit einer Nucleer Bombe? kevin sagte uns das Plan du kannst alle vielleicht sollte ich mit dir beginnen ich habe keine Wahl hier, richtig? dieser Virus schreckt das ganze Welt Benotti ist verloren entweder es ist leicht zu töten Millionen von Faseless Nobodies, nicht? bleiben Sie zurück sie sind gar nicht menschlich stop! aber zu töten jemanden, die du liebst das ist nicht so einfach, ist es? sonne von großartig schüt argh Ja, ich mache vorsichtshalber hier meinen Kap, wir sind bei 32,35, da ich nicht weiß, wie lange der Kampf geht und wie lange der Abspann ist. Auch wenn ich jetzt sage, ich bedanke mich fürs Zuschauen, kann die nächste Folge, wenn sie nicht länger wie 30,45 Minuten geht, an diese Folge hinein geknüpft werden, vielleicht mache ich das auch so, dann wird die letzte Folge vielleicht eine Stunde lang werden, vielleicht auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Aber wenn sie, wie gesagt, länger wie 45 Minuten wird, wird eine eigenständige Sendung folgt eventuell, aber wie gesagt, schaltet gegebenenfalls euch ab und falls doch, sehen wir uns in der gleichen oder in der nächsten Folge uns an dieser Stelle wieder. Hallo. wieso muss ich mich immer 5 4 3 2 1 sekunden was ist das für eine logik hallo laurton war ja logik wieder mal ein point und jedes mal fucking sieben sekunden warten lächerlich wo setzt du mich auf du schwuchtel als wenn ich hier jemals gewesen wäre meine fresser he was right about one thing benoie is lost if not him then someone else will soon send a nuke with our name on it the quicker we leave the better Komm schon! According to officials, Benoy is still under quarantine. The sought-after vacation destination, popular with celebrities and wealthy tourists alike, was ironically originally a penal colony and still houses one of the strictest maximum security prisons in the world. It is home to many dangerous criminals and terrorists, including Karen, the infamous hacker for hire who has worked for everyone from Al-Qaeda to the Yakuza. Meanwhile, news of the lethal virus on the island has caused a worldwide panic. Some have claimed that the virus is only the first wave of a massive international terrorist attack, and that the intentions are global. Bernard Grin, spokesman for the Australian Defence Force, denies the claims. There is no basis for these ridiculous rumors. The entire island is under military quarantine, and the maximum security prison is completely secure. The hacker known as Karen, and every other terrorist in prison there, isn't going anywhere. Humanitarian aid is on its way, and you can be sure that the virus, or whatever it is, will not leave the island. The whole world anxiously watches what is happening in Benoy. For the moment, all flights in and out have been cancelled. Oh shit, man, I can't believe we made it. At this point, I'll be goddamn glad to have all my old problems back. As long as the world is the way it used to be. It's not, and never will be. Trust me. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020